Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Last of Us und dem Beagle. Left behind natürlich. Oh, waren die jetzt hochgekommen? Oh no, so viele? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Stück. Wollt ihr mich verarschen? Ich wusste, der Kampf wird nicht schön. Ich wusste es einfach. Und so richtig viel Zeit habe ich ja nicht. Welche Seite nehme ich denn zuerst? Letztes Mal hat es... Oh. Ich muss mich ein bisschen beeilen. Ja, weiß ich, Ellie. Wo? Wo, 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 da hinten? Die sehen mich aber auch immer auf Meilen, ne? Wolltest du mich verarschen? Das hat nichts gebracht. Dann mache ich das jetzt anders, um mir ein bisschen Luft zu verschaffen. Ungefähr. Pima Daumen. War das Pima Daumen falsch? Das war Pima Daumen falsch? Oh nein, 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 das bin ich gar nicht. Bin ich gar nicht. Nein, 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 nein. Aua. Ellie, Ellie. Nein, werde ich nicht. Aua. Geh runter. Habe ich befürchtet? Das ist... Nein, 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 nein. Noch irgendwo? Au. Ja, hinter mir. Oh, jetzt aber bitte, ja? Ich möchte mich einmal nur kurz heilen, ja? Danke. I don't care. Ah. Sie ist weg. Nein. Au, au, au. Das lief jetzt nicht so schlecht, bis ich meine Munition verloren habe. Ein bisschen weniger daneben schießen, dann geht das. Ja, ne? Das ist so geil hier. Richtig geil. Macht richtig Spaß, Leute. Es macht so einen Spaß. Ich habe noch nie so viel Spaß in dem Spiel gehabt. Ah. Da, wer wirst du bezahlen, du doofen Kuhu, du kleines Kind. Wir lassen uns hier von einem Kind triezen. Es macht uns auch so einen Spaß, ein Kind umzubringen. Vor allem, das sind einfach sieben Leute für ein Kind. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Sieben Leute für ein Kind. Wo, hm? Ach komm, ist okay. Ja, natürlich. Ich werde immer dafür bezahlen. Als kleines Kind ist das natürlich ganz tolle. Try me, Arschloch. Oh, Ellie, was denn? Nein, Ellie. Natürlich. Ich habe getroffen, aber es hat mich nicht interessiert, dass ich getroffen habe. Nein, ist doch geil. So muss das. Ich liebe Mechanik, die richtig geil funktioniert. Nicht. Ey, selbst The Evil Within hat besser funktioniert. Ah, ich bin, ich könnte gerade einfach kotzen. Leute, ich mag es gerade nicht. Nicht verlieren, weil, ja, ich bin. Macht es Spaß? Ja, was auch sonst. Was auch sonst. Du lebst immer noch. Oh, was? Was, was? Von wo? Nein, Ellie, Ellie, Ellie. Nee, ohne Witz. Das ist doch wohl wirklich absoluter, räudiger Scheißdrick. Ehrlich. Haben die jetzt nichts für mich, oder was? Ich sehe sie nicht. Da drüben. Da ist sie. Ja, ich weiß. Da bin ich. Ist doch toll, oder? Was denn, hm? Was willst du mir, was willst du mir anschauen, hm? Mal schauen, ob das mit Pfeil und Bogen überhaupt hinhaut. Aber sei es drum. Nee, es funktioniert natürlich nicht mit Pfeil und Bogen. Was auch sonst. Kriege ich hier vielleicht auch irgendwas an Ressourcen oder so? Nein, wer braucht schon Ressourcen? Komm, komm, spiel das ganze Spiel am besten ohne durch. Steine. Steine kann ich haben. Er ist da unten wieder beschäftigt. Er ist da unten wieder beschäftigt. Dieses Arschloch ist da unten wieder dran und denkt sich, ja, das kriege ich auch alleine hin. Alles klar. Alles klar. Ach, komm, Elli. Elli, wirklich, wirklich. War das jetzt dein Ernst? War das dein fucking Ernst? Ich gehe kotzen. Ich habe nichts mehr. Ich habe gar nichts mehr. Oh, das macht ja so einen Spaß. Es macht so einen Spaß, Leute. Noch nie habe ich was Geileres gespielt als The Last of Us. Ach. Ey, es ist zum Kotzen. Ja, was, du Wichser? Legst dich mit dem Kind an, das einfach gar nichts hat, ne? Nein, geh bloß nicht weiter weg oder so. Nein, nein. Mach das nicht. Mach das nicht. Oh, das ist doch wieder eine Scheiße. Gib mir irgendwas, irgendwas und sei so ein beschissener Schuss. Ich habe nichts, ich habe nichts. Was soll ich denn machen mit einem Kind? Ich kann nicht einfach auf den zugehen und den prügeln. Ist der jetzt? Wieso muss ich diesen Wichser eigentlich töten? Wieso eigentlich? Ach ja, um das nächste Event auszulösen, was nur geringfügig geiler wird. Oh, er ist wieder daran beschäftigt. Du Penner. Ich habe dich geschweigt. Oh Mann, 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 Mann. Wo willst du hin, hä? Jetzt bist du eh tot. Und jetzt gib mir bitte... Nein. Sie geben mir nichts. Sie geben mir absolut gar nichts. Sie geben mir nichts. Gar nichts geben die mir. Ich bin so froh, wenn ich den Rotz durchhabe. Es ist... Ja gut, dann mache ich das wieder mit nichts. Nichts. Macht's Spaß, ihr Penner. Nee, Elle, ich habe da gar keinen Bock drauf. Ich habe nur einen beschissenen Pfeil. Ach so, ja. Das wirst du büßen. Werde ich das büßen? Ist das so? Ist das so? Ah, Annie! Annie! Warum? Mann! Komm, das ist doch unfair. Das ist so unfair. Das ist doch... Ja, natürlich. Weil ihr euch ja auch einfach mit einem kleinen Kind anlegt. Das muss man sich mal vorstellen. Wir fühlen uns erhaben, weil wir uns ein kleines Kind abknallen können. Herzlichen Tippwunsch. Gib mir Deckung. Ja, ich habe sie. Scheiße. Mann! Ich will nicht mehr. Ich will einfach so gar nichts mehr, ey. Nicht verlieren! Nicht verlieren. Wo denn? Oh, Ellie! Ja, ich bin das. I don't care. Aber wie lerne ich nach, verfluchte Scheiße, nochmal? Ausschwärmen. Ach, komm, ihr seid doch wirklich Wichsknüppel. Ehrlich, seid ihr. Sie fühlen sich gut, weil sie können das machen, ne? Bist du da? Bist du da? Bist du rüber? Hey, hier! Oh, ja, nee, ist klar. Jeder trifft mich, nur ich treff nicht. Ja, komm, ist okay, du Arschloch. Hat gut gefunktioniert. Hat richtig gut funktioniert. Du hast andere Probleme, Dude. Ist dir aber aufgefallen, dass du andere Probleme hast? Hinter mir. Alter, nein. Geh bitte einfach weg. Nein! 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 Wie scheiße kann ich von der Skala von 1 bis 10 sein, das Spiel? Ja! Wer denn jetzt? Wer denn jetzt? Wer? Wer? Wo denn? Wo denn? Ey, wo denn? Kommen die jetzt gerade auf mich zu? Ja! 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 Ich will diese Scheiße gerade nur durchhaben. Ich will sie nur durchhaben. Mehr will ich nicht. Ey, ich bin gerade im Spawnpunkt der Hölle angekommen? Fragezeichen? Ist das so? Das ist so. Oder vielleicht bin ich auch nicht im Spawnpunkt der Hölle angekommen. Ich weiß es gerade noch nicht. So ein Molotow wäre gerade geil gewesen, ne? Ja! Ich gucke ihm gerne dabei zu. Ich gucke ihm gerne dabei zu. Wieso seid ihr eigentlich so laut, ihr Dudes. Wieso seid ihr eigentlich so laut, ihr Dudes? Also, diese Szene ist reudig. Also, diese Szene ist reudig, wirklich. Die ist wirklich reudig. Du brauchst die Treppe gar nicht hochkommen, Penner. Hat er ihn erledigt? Offensichtlich. So, mal schauen. Übrigens, ganz zum Schluss hier das Jagdgewehr zu bekommen, ne? Ganz große Spielekunst. Wenn du es nicht mehr brauchst, es zu bekommen. Voll geil. Wirklich. Einer ist da, ne? Ich kann immer nur nix machen. Okay, wo ist denn jetzt... Nein, da unten. In der Hoffnung, ich komme hier weg. Weil irgendwo hier unten muss ja dann jetzt die... Waffe sind ich brauche. Warum? Warum sehen die mich jetzt? Warum? Was soll der Scheiß? Oh, jetzt bin ich auch einer dieser Vollidioten, die hier rennen müssen. Ja, natürlich. Alles klar. Alles klar. Ihr Pisser. Schlechteste Programmierkunst aller Zeiten. Es macht gerade so gar keinen Spaß. Es macht überhaupt gar keinen Spaß. Alli, halt die Fresse. Bitte, halt einfach die Fresse. Nein! Ich habe noch einen Schuss. Ist doch geil, oder? Alles, was ich möchte, ist dieses Scheiße hier durchhaben. Alles, das ist alles, was ich möchte. Mehr möchte ich gar nicht. Diese Szene ist jetzt hier auch im Remake einfach nicht viel besser. Die Szene ist eigentlich sogar noch beschissener. Ich weiß auch gar nicht, warum ich so schnell gesehen werde. Ich check das einfach nicht. Es entbehrt jeglicher Logik. Aber Hauptsache, ihr gebt mir ein Medikit, weil das brauche ich auch so dringend, ne? Ich hoffe, das klappt. Und ich habe nämlich wirklich gar keine Lust mehr. Wirklich gar nicht. Ähm, Mess. Okay. Das sieht doch schon wieder ein bisschen besser aus. Es sind doch nur noch zwei, oder? Ähm. Warum? Ey, ohne Witz. Bitte sag's mit... Falls mich jemand hört, denkt nicht mal dran, mich zu überraschen. Sonst geht's euch für euren Freunden. Na? Ja? Ich habe es geschafft, Leute. Gott sei Dank. Ja? Ach so. Aber jetzt. Mir auf den letzten Metern noch die Waffe geben. Mmh. Geil. Geil. Wirklich geil. Aber ohne Munition. Und tschüss. Ich hoffe, du lebst noch, Joel. Ich... Ja. Geil. Ach, Kacke. Da kam ja noch was. Ich habe es vergessen. Ich dachte, ich wäre jetzt durch. Ellie, warum rennst du jetzt nicht? Ich drücke den Knopf für Rennen. Ich weiß nicht, ob es an meinem Controller liegt, aber es funktioniert stellenweise einfach nicht richtig. Ja, Riley, ja. Ellie, komm. Ja, Riley, ja. Oh, das ist falsch. Äh, doch, es ist richtig. Aber Ellie, äh, Riley muss das erst machen. Ey, Riley. Oh, entschuldigt. Aber teilweise ist die Spielemechanik hier gerade voll schlecht. Ich verstehe es nicht. Bist du noch da? Ja, direkt hinter dir. Renn weiter. Ach, da kannst du auf einmal mit per Knopfdruck, ja? Wie viel Zeit sie sich jetzt beim Abstechen gelassen hat, aber sei es drum. Ja, da kommen wir wohl raus. Achso. Infizierte. Hinter uns sind sie auch hier lang. Mir, mir nach. Dir nach? Entschuldigung, brauche ich nicht. Ellie. Alles okay, lauf weiter. Oh Gott, ich helfe dir. Oh Gott, gib mir die Hand. Mhm, ich helfe dir. promptfBoth. Lass uns starühfem supervision. Buddy. Bitte, SSJ. Ha, du kannst mich zu Hause. Gebär hässlich. Ich glaub, das war's. Ellie. Ellie, dein Arm. Nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Bleib ganz ruhig, ganz ruhig. Scheiße, scheiße, scheiße. Da vorne ist noch mehr zum Zerschlagen. Wie ich das sehe, gibt's zwei Möglichkeiten. Nummer eins, wir machen's uns einfach, ist schnell und schmerzlos. Bin aber kein Fan von Nummer eins. Zwei. Wir kämpfen. Kämpfen wofür? Wir werden zu einem von diesen Dingern. Wir hätten bis heute schon so oft drauf gehen können. Und wer weiß, was bis morgen noch alles passiert. Aber wir kämpfen. Um jede Sekunde, die wir zusammen sein dürfen. Ob zwei Minuten oder zwei Tage, das geben wir nicht auf. Ich will das nicht aufgeben. Ich sag, lass es uns aussitzen. Wir gehen es romantisch an und werden gemeinsam wahnsinnig. Und Nummer drei? Sorry. Komm. Verschwinden wir hier. Ja, ihr Lieben. Ich werde... Geh nicht. Ich werde... Nein, hab ich nicht vor. Ähm, den Abspann jetzt nicht zeigen. Den haben wir gehabt, als ich es solo gespielt habe, ohne, dass ich es ins Spiel eingefügt habe. Aber das war Left Behind. Wir sehen uns also in der nächsten Folge im normalen Hauptgame weiter. Ja, ich hab mich jetzt ziemlich viel sinnlos auch aufgeregt. Schon klar. Aber ich muss sagen, Naughty Dog... So sehr ich sie liebe. Es sind genau solche Szenen, wo ich mir so denke... Nee. Vielleicht, weil ich auch in der Steuerung grad nicht drin bin, so wirklich... Also ich hab mich da jetzt wirklich durchgequält. Das war für mich eine Qual. Aber... Warum haben die Gegner mich so verschissen schnell gesehen? Warum sind da direkt sieben Mann für ein kleines Kind? Also das sind so Sachen, die kann mir einfach keiner erklären. Und das war damals schon, ähm... Ein sehr heftiger Kritikpunkt, als ich das DLC das erste Mal gespielt hab. Die letzte Szene ist einfach superreudig. Und das war wieder so dieses klischeehafte, was sie auch in Uncharted gerne mal übertreiben. Es ist dann einfach zu viel in dem Moment. Viel zu viel. Sei's drum. Also, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Im Hauptgame. Dann die kleine Überleitung, wo Ellie allein unterwegs ist. Schon mal ein kleines Zwischendanke, dass ihr bis hierhin mit dabei wart. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein! Dann...